Je nach Lockdown-Ende wird der Weihnachtswald in Amstetten ab 13. Dezember geöffnet sein, spätestens am 19. Dezember. Immerhin noch ein paar Tage Zeit, um zwischen Standeln, Tannenbäumchen und Glühweinduft in Weihnachtsstimmung zu kommen. Die Kleinkunstbühne Mozart in Amstetten hat am 16. Dezember eine Travestie-Show auf dem Programm. Falls Veranstaltungen wieder möglich sind, zeigen die herrlichen Damen ihre Show Christmas Around the World. Mit fantasievollen Kostümen, Gags und jeder Menge Hits zum Mitsingen. Einlass ist um 18.30 Uhr, Start um 19.30 Uhr. Das Programm für den Theatersommer in Weithofen an der Ips steht für 2022 bereits fest. Es wird die Komödie von Shakespeare, Wie es euch gefällt, gespielt. In den Hauptrollen werden Miriam Fussenecker und Josef Ellers zu sehen sein. Die Regie führt Intendant Christian Dolezal.